Früher habe ich mir den Magen mit Kuchen- und Tortenstückchen von Koppenrad und Wiese vollgestopft. Koppenrad und Wiese, das müsst ihr wissen, ist der McDonald unter den Kuchenherstellern in Deutschland. Aber es gibt auch andere Kuchen- und Torten, die ich dann in Tunesien oder in meiner Wahlheimat in Amerika kennengelernt habe. Und sie schmecken. Koppenrad und Wiese, das war gestern. Wenn ich heute Appetit auf süße Stückchen habe, führt mich der Weg automatisch gerade in Sousse zu Pierre. Und Pierre hat das Konditorhandwerk sogar in Deutschland gelernt. Seine Stückchen, die schmecken und sind super und für Tunesien ein Highlight, auch für mich. Frohe Weihnachten in Europa!